Einen guten Morgen von uns. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Schulbus. Bist du fit? So, in sieben Minuten von der Bus. Ist eine gute Nachtzeit. Ja? Schule macht Spaß? Ja? Bei den Pfadet ist es noch ein bisschen. Na gut? Ja. Schöpfe. Ja. Boxt ja. Na gut. 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 Ich muss Papa suchen jetzt. Er ist irgendwo dabei. Aargh! Aargh! Hey! Ich hab keine Pfeile mehr. Finn hat hier sein tolles Magazin von der Elite Infinius, von der coolen Nerf und ja, da passen so circa 15 bis 20 Pfeile rein, ja, universell natürlich. Am besten sind die blauen mit dem orangenen Pips vorne drauf. Zeig mal wie du das ganze einrastest. Hinten sind zwei große Pfeile in dem hinteren Teil drin, das können wir später noch mal zeigen. Oben zeigt er, grün oder rot, ja? Können wir mal zeigen, wir können das Magazin mal abmachen. Und dann können wir die von oben über diese, über den Auflader von oben mal reindrücken. Können wir das mal zeigen. Hammergeile Farben natürlich, ja? Genau, da schieben wir den Pfeil von oben rein. Und immer wenn das grüne ist, ist Power, ja? Oder Spaß angesagt. Ja, wir zeigen das hier kurz noch mal, wie die halt wirklich mit welcher Geschwindigkeit die auch da vorne rauskommen. Und ziehst du mich aus dem Wasser raus? Ziehst du mich aus dem Wasser raus? Warte, warte, warte. Langsam. Jetzt haben wir kräftig Hunger, wa? Ja. Ich hab Hunger. Ja. Jetzt fahren wir zu Mama. Wenn euch das Video gefallen hat, macht's gut, gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, ja? Bis bald. Tschüss.